Wir sind sicher gut drauf im Moment. Wir konnten es letzten Sonntag einkommen. Jetzt sind wir zuversichtlich auf das Goethe-Match. Wir sind voll konzentriert. Wir haben diese Woche sehr gut trainiert. Der Staffel arbeitet sehr professionell. Ich bin überrascht für den Challenge-League-Klub, der so gut aufgestellt ist in jeder Beziehung. Sei es Masseur, sei es Konjunktionstrainer, sei es Goalie-Trainer. Ich arbeite gerne so zusammen. Es ist auch meine Arbeitsweise, dass man als Team arbeitet. Das ist wichtig. Das ist das Team vom Staffel. Das sollte sich auf ein Team der Mannschaft übertragen. Wenn das zusammen harmoniert, kann es noch gut sein. Let's connect. Ihres Kellmann ist eine Verbindung mit dem Ballkom, die sich zu einer commenzen schießt. Vielen Dank.